Der Mittwoch in der Region Neckaralp startet bewölkt. Auch um die Mittagszeit ist die Sonne fast nicht zu sehen, dafür frischt der Wind auf und es kommt zu leichten Regenschauern. Gegen Abend hört der Regen zwar auf, die Wolkendecke bleibt aber. Entsprechend wenig schwanken auch die Temperaturen, die sich tagsüber zwischen 21 und 26 Grad bewegen. Auch in der Nacht bleibt es bewölkt, gegen zwei Uhr regnet es außerdem leicht bei Werten zwischen 17 und 20 Grad. In den nächsten Tagen nimmt der Sommer dann wieder Fahrt auf. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken noch ab, doch schon am Freitag scheint die Sonne fast den gesamten Tag über ungestört. Erst am Abend verdecken einige Wolken den Himmel. Richtig heiß wird es dann am Samstag, die Spitzenwerte liegen bei 34 Grad. Dazu gibt es tagsüber Sonne pur mit ein paar Wolken ab dem frühen Abend.